Alter Schwede Es sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus Die Kampfanimation Immer mit den Drehungen und Bewegungen und so Das kommt schon richtig geil Oh ja, das kommt auch richtig geil Zeitlupen-Marsch Na, wie weit willst du noch, Kumpel? Wo denn willst du überhaupt? Ich habe leider auch gerade vergessen, welches Jahr wir haben Hier schlage ich auch noch Gibt es was Geileres, ey Das ist ja mal sowas von Epic einfach nur Jawohl, wir sind da Und ich bin ruhig Du blöder Bastard Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen Sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn Jemand ist dafür verantwortlich Und du wirst herausfinden, wer Und versagst du, weide ich dich aus Und finde einen anderen, der es kann Okay, setzen sie ihre Assassinen-Rekruten Geil, wir haben Assassinen-Rekruten Halten sie T gedrückt, um Assassinenrad zu öffnen Okay Achso, ja gedrückt halt natürlich auch Ja Und nun? Achso Um die Verbündeten auszusenden Ah cool Wie fett ist das denn? Zack Nice Das war ja mal geil Alter, das war fett Rausgeschnitten oder was? Schade Oh, da liegt eine tote Leiche Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche Deutlich Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe Soll uns die Britten doch behalten Du hast dich heute bewährt Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein L aus, wenn du mir hilfst Statt des Biers Biete ich dir Gefolgschaft Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams Gut, aber bevor wir dahin gehen, unterbreche ich die Aufnahme und warte bis er fertig ist Ist jetzt gerade bei 80% mit dem Render Das geht mir doch ein bisschen auf den Sack mit den Frame-Einbrüchen Und sieht ja auch nicht so gut aus Ne? Deswegen würde ich sagen, ich gucke mal kurz auf die Map gleich Was es so alles Quasi gibt Nice Kann ausgesendet werden Oh, was gibt es hier unten? Ah, Befreiungsmission Sehr gut, sehr gut Das ist sehr gut Ich denke mal, da werde ich gleich erstmal ein paar von machen Was haben wir da Schönes? Befreiungsmission Auftrag Okay, ich werde Wie gesagt, gleich erstmal das da machen Ähm, ich denke ich werde da einfach schon hinlaufen Und dann sehen wir uns gleich da wieder Wenn das Rändern abgeschlossen ist Bis gleich So, da bin ich wieder zurück Äh, Rändern ist noch nicht ganz abgeschlossen Ist gerade bei 99% Ich hatte die Zwischenzeit Nachdem ich hier quasi angekommen bin Habe ich die Zwischenzeit genutzt Mich mal ein bisschen umzugucken Und ähm, folgendes habe ich noch rausgefunden Quasi, ähm Das hier Bürgerwehr Ähm, da kann man Aufstände oder Tumulte anzetteln lassen Kann ganz hilfreich sein Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert Oder so Und ähm, ja Befreiungsmission ist jetzt hier in diesem Gebiet Deswegen eigentlich Ähm, ziemlich stumpf Ich mache da jetzt nur die eine Wahrscheinlich auch Ich dachte man bekommt da neue Mitglieder Oder so Aber So wie es aussieht Wohl doch nicht Deswegen werde ich hier die eine Mission machen Und dann zurücklaufen Zur Befreiungsmission In dem einen Gebiet Welches wir schon haben Ich wollte nie so da Zack Da haben wir ihn Oh, kein Denk, ne? Haha Zack, schieb ab Zack, zack Zack Oh, das fand ich nicht nett Ey Verpiss dich Nice Oh yeah Ah, scheiße Da hat er mich gesehen, was? Oh Tja Das dazu Das hätten wir dann schon mal Kein Ding Ja So, ich plünder die natürlich Wie immer leer Sehr schön Gut, das hätten wir Warum ist das jetzt gerade? Jetzt geht's Sprengminen habe ich erhalten Uh Ich habe keine Ahnung Was das zu bedeuten hat Aber Es ist umstritten Jetzt hier das Gebiet Na komm Da können wir auch gleich noch Eine zweite Befreiungsmission machen, was? Wenn wir schon mal hier sind Alter, 100 Meter sind das wieder? Na egal Ich klau mir einfach eine Kuh Und reite damit durch die Stadt gleich Auf den Weg zurück Dann passt das schon Geh schon Los Zack Ach Ja, mein Kollege hier Kommt nicht ganz so mit so vielen Gegnern Klar Ah, okay Alles klar Den hätten wir befreit Dann sind das nur so kleine Missionen Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut Nicht viel Trara Einfach nur machen, ne? So Nächste Befreiungsmission würde ich sagen Dann befreien wir hier gleich das Gebiet Können wir dann nachmachen Oh, cool So Da sind wir auch schon da Fast zumindest Können wir ja dann hier durch die Büsche laufen Dann sollten die uns ja eher nicht sehen, ne? Ja Erstmal hier über den Zaun Scheiße, zu weit weg Ah, verflucht Ohne ein Pferd kriege ich den doch nicht Ich brauche ein Pferd Wo ist ein Pferd? Scheiße Okay Ah, verkackt Super Jetzt kann die nochmal 100 Meter zurücklaufen Egal Diesmal fange ich die einfach ab Und verpasse eben direkt ne Kugel Ich bin mal gespannt Wie das mit dem Aufrüsten der Waffen ist Ob man auch die versteckten Klingen verbessern kann Oh, hier wäre ein Pferd gewesen Verflucht Ob man auch die versteckten Klingen verbessern kann Und, und, und Erledigt So Ja, mach mal fertig die Waffe Ich plündere so lange So Oh, verdammt sind das viele Ab durch die Büsche Ja, denke ich auch Okay, machen wir das mal so Zack Weg mit dir Jawohl, ja Zack Die werden aber auch immer abgemetzelt Jawohl, ja So, Ruhe hier Also, wenn die mich nochmal angreifen wollen Können die es ja gerne nochmal versuchen Ja, solange diese dickeren Gegner da nicht mit bei sind Schaffe ich das auch ohne Probleme An sich So Nächste Mission liegt an Kann man eigentlich so auf einer Kuh reiten quasi Ich weiß gar nicht, ob Kühe schnell oder langsam sind Egal Hier schnapp ich mir ein Pferd Und dann geht's los Oh Habe ich die Frau geschubst Na Ui Ach ja Oh, ja Absteigen auch, ne Hallo Absteigen Mensch, Connor Was Geht doch, ey Oh, jetzt steigt er wieder auf Ich glaube, es hakt Ja, geht doch Jetzt aber So Rekrut Na, super Ey, du greifst mich nicht an, du Pissnäcke So, ich muss mal sehen, dass ich Bekanntheitsgrad hier irgendwie senke Mal den anderen Mal Was? Ich sterbe? Ne Aber für dich sieht's schlecht aus Ach ja So, Pferdchen, wo bist du? Hätte der mich sofort runtergelassen, der scheiß Gaul Dann Hätte ich das auch geschafft Aber nein Will natürlich nicht So, da vorne ist schon das nächste Möchte mal wissen, was das ist Ach Oh, nachladen Ey, das darf nicht wahr sein, ne Das darf nicht wahr sein Jetzt muss der nachladen Die Waffe war doch nachgeladen, dachte ich Ja, fick dich Ich verpiss dich doch, ey Spastis So Diesmal aber Oh geil, ich hab auf den Pfeiler da geschossen, aber ihn abgeknallt Ja, ich hab's drauf So, nächstes Da ist noch einer Das war ja die, die ich eben verkackt hab Wegen dem scheiß Gaul hier Was für ein Sprung, ey Aus dem Stand Aus dem Stand So ein Jump, ey Nicht schlecht So, ich will hoffen, die Waffe ist nachgeladen Ja, hat er gerade gemacht Zack Bam, bam Jetzt gibt's mit dem Tomahawk hier aufs Maul Ach, du willst auch noch Ey, Pissnake Muck hier mal nicht rum Habe ich die Mission jetzt geschafft oder nicht? So Alter, ich bin voll gesucht gerade hier Ja, wer weiß, ob ich das jetzt geschafft habe oder nicht So